So, okay, folgendermaßen sieht es aus. Da ich momentan wieder Bock habe auf Lautsprecher-Tests und eben ein paar mehr in der Zukunft wieder machen will, dachte ich, es würde Sinn ergeben, da ich schon öfter mal von manchen Leuten gefragt wurde, zu erklären, wie ich den teste. Das Ganze wurde teilweise eben auch angezweifelt, was für Geräte ich benutze, in was für Räumlichkeiten, was meine Prioritäten sind und so weiter und so fort. Und da wollte ich auf ein Video eben, weil man das für die zukünftigen Tester eben Zeit sparen wird, eben zurückverweisen. Das wäre übrigens das hier, nur weil ihr es nicht gemerkt habt. Und jetzt wird manche natürlich vermuten, dass wenn ich eben auf ein Video verweisen will, ich das Ganze gut vorbereitet habe, strukturiert habe, was ich erklären will. Nee, wird nicht passieren. Was ich aber in dem Video erklären will, ist eben, wie meine zwei Räume, in denen ich teste, aussehen, welche Geräte ich benutze, was für Prioritäten habe, was ich irgendwie als wichtig empfinde, wie, was und so weiter und so fort. Allerdings, bevor ich zu diesem Punkt komme, möchte ich zu einem kommen, der wahrscheinlich, gerade als eben jemand, der neu für die Tests eben das Ganze besser beurteilen will, ist Folgendes. Was ist das Wichtigste bei dem Lautsprechertest oder was hat auf den Klang den größten Einfluss? Und da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe schon mit genug Experten geredet, manche auch eben selbsternannte, die eben sagen, der Verstärker ist das Wichtigste, der Wandler ist das Wichtigste, die Quelle, das Material ist das Wichtigste und so weiter und so fort. Und im Prinzip haben sie alle recht und auch keiner. Also, was ich einfach damit sagen will, ist, keiner ist richtig richtig und keiner ist richtig falsch, denn ich versuche das mal aus meiner Sicht zu erklären, vielleicht macht es dann für euch Sinn und ihr könnt es eben nachvollziehen. Denn es ist einfach so, heutzutage ist es relativ easy, gutes Klangmaterial zu bekommen. Heute gibt es Tidal, mittlerweile auch Apple HD, Spotify kriegt es bald, Google braucht ein bisschen länger, wird es wahrscheinlich nie kriegen, aber es ist leicht, dieses Level zu erreichen. Und deswegen sehe ich das Klang oder das Quellmaterial nicht als den ausschlaggebenden Faktor, weil das ist relativ einfach zu erreichen. Und natürlich, jetzt kommen manche daher mit CDs, höherqualitativeren, was weiß ich was für Files oder eben auch Schallplatten. Aber das hat alles, ich sage mal, einigermaßen Level mittlerweile erreicht, wo es keine Riesenschwankungen mehr gibt. Verstärker zum Beispiel. Ich würde mal sagen, ab einem vernünftigen Level und dann zu einem sehr, sehr guten ist die Spannbreite einfach, weil man mittlerweile viel mehr fürs Geld kriegt, das Ganze viel, viel kleiner geworden. Und deswegen, es sind natürlich Faktoren, die zum Beispiel gerade bei dem Lautsprechertest mehr Einfluss haben, wie zum Beispiel beim Kopfhörertest, sehe ich zumindest so, aber nicht so einen großen wie bestimmte andere Sachen. Und was ist das Wichtigste für mich? Und das gibt euch vielleicht eben einen guten Überblick, ob ihr eben den Tests irgendwie vertrauen könnt, ob ihr darauf was geben könnt, ob ihr irgendwas auf meine Erfahrung setzt. Und ich möchte auch eins sagen, ich bin kein professioneller Tester. Ich beschäftige mich mit Audio seit knapp 25 Jahren, einfach aus Leidenschaft selber. Natürlich jetzt ein bisschen eher, seit ich mir dann halt richtige Lautsprecher gekauft habe vor, ich sage mal so 15 Jahren. Ist natürlich jetzt alles grob geschätzt, könnten auch andere Zahlen sein. Und dann eben durch YouTube habe ich ein paar mehr getestet. Und ich hatte so ungefähr, nur damit ihr grob mal wisst, was an Erfahrung ich so bieten kann, ich schätze mal so 40 Stück hier im Haus. Natürlich vielleicht auch in der alten Wohnung und so weiter. Habe natürlich auf Messen noch viel gehört, aber das kann ich nicht wirklich zählen, weil das ist nicht repräsentativ. Aber ich würde mal sagen, 30 Tests habe ich ungefähr gemacht. Und dann hatte ich privater noch so ungefähr 10 Stück, also 40. Ist nicht so viel, aber das Problem ist auch, ich bin nur eine Person, das ist ein Hobby. Ich habe natürlich nicht den Zugriff, wie jetzt ein großes Testmagazin und so weiter und so fort, auch durch die Räume basierend. Aber das ist das, was ich euch bieten kann. Und für mich ist einfach der wichtigste Faktor der Raum. Und da spreche ich einfach aus Erfahrung, denn ich teste selbst in zwei Räumen. Und auf eine Art habe ich da das Glück im Unglück, dass ich zwei nahezu komplett unterschiedlich spielende Räume habe. Und auf eine Art würde jetzt der andere sagen, natürlich war es am besten neutraler Raum. Aber in einem neutralen Raum würde ich mal sagen, kommt jeder Lautsprecher, ich sage jetzt mal verhältnismäßig, gleich gut weg. Was aber mir eben die Möglichkeit ergibt, mit diesen zwei Räumen ist Folgendes zu sehen. Ich habe einen Raum, der ist ein bisschen kritischer, schwerer für Lautsprecher und einer, der ist ein bisschen gefälliger, da kommt jeder mit besser weg. Das gibt mir einen relativ guten Überblick, wenn ich eben beides sehe, also ein Extrem und das andere Extrem, kann ich das Ganze vermitteln. Ich weiß jeweils, wie beide Räume spielen und wir kommen später noch zu denen. Deswegen kann ich auch eben einen Realeinsatz testen. Und was ich dann eben auch sehen kann, ist zum Beispiel, ob ein bestimmter Lautsprecher mit einem bestimmten Raum sich leichter tut oder schwerer tut. Ist nicht optimal, ich weiß. Aber warum ich eben auf den Faktor nochmal zurückkomme, ist Folgendes. Ich habe einfach nicht nur gemerkt mit diesen zwei Räumen, wie unterschiedlich so ein Raum sein kann, aber was für einen riesen Faktor er halt haben kann. Denn zum Beispiel, als ich meinem Bruder sein Zimmer unten mal fürs Heimkino einstellen wollte und so weiter, der Raum ist über vier Meter hoch, relativ schmal, nicht gedämmt, kein gar nichts. Und der beste Lautsprecher hätte da nichts gerettet, weil alles hat geheilt, man hat nirgends in Schall orten können, alles klemmt total daneben. Mit Basotekplatten hat man da ein bisschen was retten können, aber irgendwo sind da Limits gekommen und egal, was man da gemacht hat, ich sage es mal, ohne extremen Aufwand zu betreiben, klang halt nicht gut. Dieser Raum zum Beispiel, also der da drüben, zu dem wir später noch kommen, ist super easy, da musst du nicht wirklich viel machen. Hier ist es schon ein bisschen schwerer, aber ich komme darauf noch später. Aber das soll halt einfach nur zeigen, dass das einen riesen Einfluss haben kann. Und ich bin halt der Meinung, dass ihr den besten Lautsprecher in einen schlechten Raum stellen könnt und der wird nicht gut klingen. Habt ihr aber einen wirklich guten Raum, dann wird auch schon recht, ich würde mal sagen, moderat spielender Lautsprecher im Verhältnis besser klingen. Und das Verhältnis ist halt das. Ihr müsst nicht Unsummen an Geld verschwenden, um eben einen guten Klang zu bekommen und mit einem guten Raum. Also wenn ihr erstmal da das Geld investiert, spart ihr euch das Geld für den Lautsprecher schon mal ordentlich. Deswegen, das ist für mich immer das Wichtige. Und eins möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Macht euch nicht auf die Suche nach dem perfekten Setup. Das perfekte Setup gibt es nicht. Das perfekte für euch eventuell, aber selbst das müsst ihr euch einfach Grenzen setzen. Und denkt an eins. Gerade jetzt abgesehen von Filmen, wenn euch Musik wichtig ist, das ist der Hauptfaktor. Versucht die Musik zu hören. Weil ich habe mittlerweile schon mit so vielen Leuten geredet, die so versessen sind auf bestimmte Hardware-Sachen, die dann irgendwas in den Höhen hören. Weil ich habe Leute gesagt, gehört, die sagen, ich kann mit dem Verstärker den Kopfhörer, jetzt in dem Fall eben absolut nicht hören, mit demjenigen natürlich. Aber wenn man da so Details drauf hat, man sollte irgendwann am Anfang, klar, da achtet jeder ein bisschen eher drauf, das mache auch ich. Aber irgendwann mal im Prinzip die ganze Hardware vergessen und sich nur noch auf den Klang konzentrieren. So, jetzt kommen wir zu dem ersten Raum. Das wäre der hier. Ich erkläre euch den Raum, dann die Elektronik und nachher wechseln wir in den kleinen und dann machen wir das Gleiche nochmal. Okay, fangen wir mit dem Raum an. Der ist ungefähr fünf Meter breit. Ihr seht jetzt nicht die komplette Breite. Und fünfeinhalb Meter tief. Ich zeige euch jetzt absichtlich die Rückseite nicht, weil dadurch, dass ich da irgendwie jetzt die Lichtboxen habe, meine Couch auseinanderziehen musste und so weiter und so fort, sieht das relativ chaotisch aus. Aber im Prinzip, was da noch dasteht, ist eben eine Couch, ein Dreisitzer, dann noch ein Sessel, hinten ein bisschen Basotec-Platten hier an den Seiten. Nicht wirklich, also relativ viel, aber das macht nicht so den Einfluss. Zum Beispiel die Bassfallen, die ich im Kleinstimm abzudem später noch komme, machen da schon mehr aus. Aber das habe ich halt damals einfach mal gemacht. Macht, bringt auch nicht die Welt, aber also der Raum, sagen wir mal 27,5 Quadratmeter. Ich rede jetzt mal von knapp 130, 28 Quadratmeter. Und ich muss sagen, er spielt alles andere als optimal im Verhältnis, wo ich sitze. Also ich sitze mittig, Stereo-Dreieck und so weiter, passt alles. Aber an meinem Sitzplatz tun sich viele Lautsprecher schwer, dort das volle, ich sage jetzt mal, Klangspektrum abzuliefern. Denn leider klingen manche dort einfach im Mittenbereich ein bisschen dünner. Der Bass bei bestimmten, also zum Beispiel mal, also jetzt mal eine Midus. Das sind einer von vielleicht fünf Lautsprechern hier, wo sich Easy-Gitarren haben. Also die verbreiten den Bass einfach top, da fehlt auch an Mitten nichts wirklich, Höhen und so weiter. Da passt es. Aber dann gab es wieder Lautsprecher in der Vergangenheit, ich möchte jetzt keinen bestimmten rausziehen, wo halt extrem dünn klang an dem Platz. Jetzt komme ich jetzt aber zum Beispiel hier, wo der Teppich ist, da erschlägt es mich schon fast vom Bass genauso wie an der Wand, da erdrückt es mich. Ist ein bisschen Spielerei, ist ein bisschen blöd, aber ich habe da nicht wirklich viel Spielraum. Es ist immerhin noch ein Wohnzimmer, ich kann nicht mit der Couch groß nach vorne kommen, mit den Lautsprecher, habe ich halt hier nicht viel Luft. Habe ich schon gesagt, das gibt mir die Möglichkeit, Lautsprecher mit einem, ja auch wenn ich gewollt eben, suboptimalen Raum zu testen. Aber, was ihr eben davon rausnehmen könnt, ist folgendes, es ist der eher neutral spielende Raum. Es ist der herausforderndere Raum für die Lautsprecher, da muss man schon ein bisschen mehr Feingefühl haben. Bisschen mitten gehen teilweise verloren, Bass, je nach Lautsprecher, kommt dann dort an oder nicht. Da musste ich halt ein bisschen mehr rumspielen und die Höhen sind dann eigentlich da, aber generell relativ neutral. Okay, und mit welcher Elektronik teste ich hier? Das wäre einmal, das seht ihr jetzt leider nicht, der Cambridge Azure 851A. Und wenn ich jetzt von Verstärker rede oder nachher noch im Laufe des Videos, dann rede ich nur eben von der Kombination, also Vorverstärker oder eben auch wenn ich das jetzt getrennt haben würde, wie zum Beispiel den DAC hier. Weil der Cambridge keine digitalen Anschlüsse hat, habe ich mir noch einen LOXI D30 besorgt und der bietet mir eben die digitalen Anschlüsse. Und das Ganze wird dann eben vom Musikmaterial mit einem Blue Sound Note 2, glaube ich, heißt er, der ist da hinten gefüttert. Und ich nutze im Prinzip mittlerweile zu 99,9% Title. Ob jetzt Master Quieter oder nicht, spielt ja auch keine Rolle. MQA und so weiter auf das ganze Thema, wenn ich die jetzt weniger eingehe. Also das wäre im Prinzip hier die Hardware gewesen. Mit was für Lautsprechern? Also als Referenz teste ich hier, also in erster Linie meine Mi-Duo 2. Was ich dann auch noch, die zeige ich dann im Kleitzimmer, sind die Doppel 7. Das ist allerdings im Prinzip nahezu der gleiche Lautsprecher, nur dass der Mi-Duo 2 einfach nochmal deutlich mehr Basspotenzial hat. Allerdings eben generell in dem Raum sich deutlich leichter tut. Das ist so der Hauptunterschied. Dann würde ich sagen, wechseln wir in den kleinen Raum. So, wie ihr sehen könnt, befinden wir uns jetzt in einem anderen Raum. Das wäre der kleinere Dimensionstechnik, sieht aus wie folgt. Knapp drei Meter, vielleicht ein bisschen mehr in der Breite, knapp fünf in der Tiefe. Behandeln konnte ich den nicht wirklich allzu sehr, denn die komplette Rückseite ist im Prinzip Fenster und Balkontür. Ich habe da zwar einen schweren Vorhang davor, aber das bringt auch nur bedingt was. Auf der Seite habe ich dann ein großes Fenster, da habe ich zwar ein bisschen Basotec noch dran, auch unten. Und auf der Seite ist es halt offen. Hier habe ich die Bassfallen, die haben schon relativ viel gebracht. Ich hätte noch gern hinten welche, aber das geht halt leider in den Ecken nicht, da die halt nicht frei stehen. Ist der Raum allerdings trotzdem, zu meiner Überraschung, der, der relativ easy spielt, aber auch wärmer aufspielt. Also gerade jetzt, und ich weiß nicht mal, was sich die letzten Tage geändert hat, spielt der nochmal Bass stärker auf als sonst schon. Auf jeden Fall stärker als die Lautsprecher sonst aufspielen. Dessen bin ich mir allerdings bewusst. Ich habe den auch mal ausgemessen, da ist so eine kleine Anhebung auch bei knapp 60 Hertz. Ist nicht optimal, aber ich weiß, wenn ich einen Lautsprecher höre, dass ich das eben im Prinzip abziehen muss. Und höhentechnisch auch relativ, würde ich mal sagen, abgemildert. Also ein bisschen auf der softeren, angenehmeren Seite. Und als Ganzes ist das eigentlich auf jeden Fall der Raum, den ich bevorzuge, klangtechnisch, weil er einfach easy ist. Jeder Lautsprecher klingt ja deutlich voller. Der Raum ist auch ein bisschen enger, kompakter, was ich eigentlich auch mag. Ist nicht so viel Hall da, aus irgendeinem Grund klappt das hier relativ gut. Und er klingt halt einfach angenehmer, chilliger. Da kann ich einfach deutlich leichter entspannen. In einem anderen Raum wäre das schon eher, würde ich mal sagen, der analytische Raum. Was hier in Elektronik besteht, ist folgendes. Das wäre einmal meine Jota VX Kombination, also der SA3 und der PA3. Ich gehe da über den Fernseher mittlerweile über optisch rein und die Daten kriegt er vom PC. Allerdings ist auch noch per Cinch noch ein Chromecast Audio dran. Und seit kurzem eben, was ich jetzt noch für die im Prinzip als Budget irgendwie Verstärker-Tests eben nutze, ist der LOXY A30. Weil das ist eine Kombo, die kostet so knappe 800 Euro. Wobei man könnte auch nur den alleine hier für 450 nehmen zum Testen. Und die Kombo kostet so knappe 180 Euro. Das heißt im Prinzip kann ich eben Lautsprecher mit einem Einsteiger-Verstärker testen, ob die damit gut klarkommen. Das wäre es in Sachen Hardware. Auch hier wieder Title, im Prinzip, was ich hauptsächlich nutze, außer eben für Filme und sonstige Sachen. Lautsprechertechnisch sieht es dann hier aus wie folgt. Und meine Hauptlautsprecher hier in dem Raum sind die Piega Premium 701. Das sind die passiven. Und dann noch eben die Doppel 7. Die Doppel 7 habt ihr wahrscheinlich früher mal in der Vergangenheit ein bisschen öfter hinten im Eck gesehen. Die habe ich jetzt mittlerweile weg. Und keine Sorge, die stehen nicht so, wenn ich teste. Also die Piega schon, aber die Doppel 7 stehen bestimmt nicht so da im Eck. Genauso auch wie der Dummy hier. Denn der Verstärker ist, glaube ich, seit einem knappen Jahr, Jahrhunderthalb, wenn nicht sogar länger, ich glaube seit dem Test, nicht mehr gelaufen. Wollte ich damals benutzen zum Testen von Lautsprechern. Ob die eben noch mit der Unterstützung von einem Subwoofer irgendwie im Vorteil sind. Aber die wenigsten Lautsprecher brauchen es gerade nicht in dem kleinen Raum, in dem größeren. Nutze ich es einfach ungern. Ich bin auch mittlerweile eigentlich weggekommen vom Subwoofer. Aber der ist im Prinzip da. Das wäre der Aperion Audio, keine Ahnung was, 12 Zoller. Fällt mir auch nicht ein. Wie gesagt, habe ich nicht viel genutzt. Okay, das soll es in der Hinsicht gewesen sein. Falls sich jetzt vielleicht manche noch fragen. Okay, Raum ist nicht optimal. Schön und gut. Kannst du ja nicht allzu viel machen, außer ein bisschen was optimieren. Sonst sind halt noch normale Wohnungen. Kann ich nicht wirklich und vom Platz her und so weiter. Lautsprecher hast du die, die du da hast. Ich kann natürlich als jetzt Hobbynutzer nicht jeden Lautsprecher als Referenz noch da haben. Aber dann könnten manche sagen, die Elektronik ist nicht unbedingt entsprechend für die Tests passend vielleicht. Und da sage ich jetzt einfach so, wer ein Problem damit hat, also wenn es einen Vertrieb hat oder eine Marke und sagt, der sollte mit etwas Vernünftigerem testen, könnt ihr mir gerne zusenden. Ich schätze mal, Kontakt findet ihr locker über YouTube in der Beschreibung. Und wie gesagt, ich kann nur das nutzen, was ich habe. Ich würde natürlich gerne besser nutzen. Und ich habe in der Vergangenheit auch gerade manche hochqualitativere Lautsprecher glücklicherweise testen können mit Verstärkern, die ich da hatte. Das waren Luchsmann-Kombinationen für 10.000 Euro, dann auch welche von Project für teilweise 1.000, 1.500, 3.000 Euro und so weiter. Hatte ich auch schon mehrere Daten. Nicht alles unbedingt, hatte auch immer einen Weg in ein Video gefunden und so weiter. Aber ich würde gerne im Prinzip drei Spektren abdecken. Ich hätte gerne was im Einsteigerbereich, so bis 300, 400 Euro oder eben, wie gesagt, hier noch tiefer. Dann irgendwas so um die 1.000, 1.500 und dann hätte ich noch was gerne so 2.000, 3.000. Alles drüber finde ich ein bisschen overkill, gerade auch für die Lautsprecher, die ich teste. Hätte ich sehr gern. Aber dafür, dass ich das Ganze eben hobbymäßig mache, sowieso, wie schon gesagt, der Raum mich ein bisschen einschränkt und auch die ganzen anderen Sachen, habe ich mit Limitationen zu kämpfen. Aber eins möchte ich auch noch darauf hinweisen, das habe ich eigentlich am Anfang machen und habe es aber vergessen. Was ich im Prinzip hier Testen nenne, ist im Prinzip nichts anderes, als euch einen Erfahrungsbericht geben mit einem Lautsprecher im Alltagseinsatz, denn ich nutze die auch eben sehr, sehr viel für Video, Filme und so weiter und so fort. Und ich kann euch einfach nur sagen, wie ein Lautsprecher sich in meinen Räumen mit meiner Elektronik in meiner Erfahrung eben bewiesen hat, wird nicht jedermanns irgendwie Sache sein. Und ja, zu meinen Prioritäten habe ich schon einiges gesagt. Bewertungstechnisch muss ich sagen, mir ist egal, wie ein Lautsprecher spielt, solange er eben mir gefällt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr subjektive Sache. Ich gebe euch die Information zwar in erster Linie so objektiv, wie ich kann, aber wenn da irgendwas ist, was meinem Lautsprecher einfach, vielleicht auch unterbewusst, einfach nicht gefällt, dann merkt ihr das. Aber ich versuche das eigentlich so gut wie möglich immer rauszuklammern, was Lautsprechertechnisch, nur damit ihr da vielleicht mal so einen Überblick habt, so meine Präferenz ist, ist einer, der untenrum ein bisschen wärmer spielt. Also auf jeden Fall nicht das gleiche wie bei einem Kopfhörer, die mag ich eigentlich eher ein bisschen, also wenn dann nur leicht gesoundert, neutraler, weil es einfach purer ist. Aber ich nutze ein Kopfhörer für ganz andere Einsatzzwecke, wie zum Beispiel einen Lautsprecher, da will ich Musik genießen, da will ich mich entspannen nach der Arbeit und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich da gerne was leichteres, was ein bisschen relaxteres, also obenrum, ich mag zwar Höhen, aber Sie können ruhig gerne mal ein bisschen softer sein. Dunkel mag ich sie nicht unbedingt, außer die Mitten sind ein bisschen herausgestochen, so ein bisschen hervorgehoben. Und deswegen gefallen mir zum Beispiel meine Pieger sehr gut, weil die sind, das ist mir damals irgendwie nicht so bewusst gewesen, da hatte ich allerdings auch noch einen Verstärker, der deutlich heller aufgespielt hat. Spielen die ein bisschen dunkler, also ein bisschen dunkler, als ich gerne hätte, aber diese wirklich schönen, brillanten, starken, kräftigen, eben auch leicht hervorstechenden, nach vorne geschobenen Mitten gleichen das alles wieder aus mit eben einem super Bass und so weiter. Und falls ihr jetzt allerdings noch sagt, ich wüsste gerne ein bisschen mehr zu deinen Lautsprechern, mit denen du testest, für die Pieger gibt es einen Test, bei den Doppel 7 und bei den, bei den Mido 2, also das sind die Mido 1 glaube ich noch, was ich habe, könnten aber auch die 2 sein, bin mir da nicht mehr so sicher, habe ich schon über 10 Jahre. Nein, so lange wahrscheinlich noch nicht ganz. Und könnte, habe ich noch kein extra Video gemacht, könnte ich eventuell machen, wenn die Anfrage groß genug ist, aber ich beschreibe das einfach nochmal ganz kurz. Extremes Basspotenzial bei den Mido, der hier hat ein bisschen weniger, was mir bei dem nicht ganz gefällt, also bei den Doppel 7 vom Bass, der hat einen extrem trockenen, hartpanschenden Bass, extrem akkurat, extrem original getreu, aber ich mag dieses ganz so harte nicht mehr unbedingt. Das mag ich definitiv bei den Mido besser, die haben da was bisschen relaxteres, gehen halt natürlich nochmal deutlich tiefer, das merkt man, füllen auch den Raum komplett anders, aber was mir bei beiden halt super gut gefällt, sind die Mitten, die sind extrem, sowas von klar. Sauber, die Höhen sind absolut da, die Stimme ist im Gegensatz zu den Pieger ein kleines bisschen gebündelter, strahlt einfach ein bisschen anders ab, aber ist selber sehr, sehr herausgestochen und auch sehr, sehr geil. Also der Doppel 7 im Vergleich zu Pieger ist wahrscheinlich ein bisschen neutraler und wenn ich beide kombinieren könnte, hätte ich gern eben den Bass von der Pieger, die Mitten so eine Mischung im Prinzip von beiden und dann die Höhen eventuell von den Doppel 7, aber im perfekten Laufwerk hat ich mir nicht gegeben, aber wie gesagt, die Pieger sind zum Nexen super gut, die anderen sind eher so als neutraler Test, wobei ich die gar nicht so oft nutze. Die Mido teste ich sowieso nur im großen Raum, habe ich hier mal versucht, einfach viel zu groß. Das ist definitiv noch das Nonplusultra hier, was ich eben nutzen kann. Und ich hoffe mal, das hat euch jetzt so Überblicke gegeben und ihr könnt mir jetzt gerne sagen, was ihr davon haltet, ob ihr irgendwie meint, das ist überhaupt berechtigt, so ein Test oder ob das überhaupt gar keinen Sinn macht, wie ich teste. Wobei ich, wie gesagt, das nicht Testen nennen möchte, weil dafür müsste man im Prinzip Messungen haben, vielleicht Sound-Demos und so weiter. Aber das ist eben auch für mich der eine wichtige Punkt, ich will nicht messen, ich will hören. Das ist für mich einfach ein Riesenunterschied, denn ich habe schon Lautsprecher gesehen mit nahezu gleichen Frequenzverläufen und die klangen einfach im gleichen Raum, jeweils nicht mal zumindest in meinem, einfach anders. Weil jeder Raum, jeder Lautsprecher im gleichen Raum sich anders verhalten kann. Also es kann jetzt sein, dass zum Beispiel die Piega in einem anderen Raum deutlich bassschwächer klingen. Oder wie ich es eben mit den anderen Lautsprechern, die ich gerade teste, auch noch habe, in einem Raum total bassüberdominant, in dem anderen total schwach. Und also das kann man nie, ich kann euch das, was ich euch beschreibe, nur für die zwei Räume erklären. Und es kann sich bei euch eben komplett anders anklingen. Aber deswegen solltet ihr auch eins, aber das denke ich mal werdet ihr nicht irgendwie vergessen, ist folgendes. Ich kann euch im Prinzip nur leiten mit einem Test, was ihr in die nähere Auswahl nehmen solltet. Keiner oder die wenigsten werden sich direkt nach so einem Test das Gerät kaufen. In die engere Wahl ziehen, dann irgendwo Probe hören, wenn es geht, oder halt bestellen, zur Not zurückgeben. Und ich kann euch halt mal so eine kleine Vorauswahl geben, sagen, den und den eher für das und das, also je nachdem, ob es zu eurer Präferenz passt oder eben den und so weiter. Also nichts ist hier in Stein gemeißelt, weil dafür ist das Ganze einfach ein viel zu komplexes Thema. Anleitend schon eine andere Hardware kann einen Unterschied ausmachen, eine andere Hardware und so weiter und so fort. Also es gibt viel zu viele Faktoren. Ich versuche es so gut wie möglich, so detailliert wie möglich, deswegen nehme ich mir auch bei Lautsprecher jetzt deutlich mehr Zeit, alles mit einzuberechnen. Aber wie gesagt, ich bin kein Profi, ich mache das Ganze eben aus Leidenschaft. Ich hoffe mal, dass das irgendwie auch euch, ja, hilfreich, sicherbar ist. Okay, das soll es gewesen sein, ich möchte nicht noch länger auf den Längenbrei reden. Falls euch das Video gefallen hat, schaut in Zukunft einfach nochmal vorbei für Lautsprechertests. Allzu viele werden es nicht, weil wie gesagt, es ist nur ein Hobby. Ich habe einfach nicht die Zeit, die eben ein kompletter Lautsprecher benutzt, um jetzt wirklich allzu viele durchzunehmen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.